Kacke, die Tür kann man nicht aufmachen. Ja, ich muss mir die Beine flicken, sonst komm ich nicht auf die andere Seite, da ist er wieder auf. Aber nicht in die Beine, ach das ist eine, die man nicht aufkriegt. Braucht er Granaten? Ja, eine. Das war knapp, da war gerade noch der Kopf und der Tracer kam. Ist er rum? Ja, fast. Also er ist ja ziemlich hoch, aber er kann bald auch über den G-Mail schießen. Er wird nehmen und die auf der anderen Seite schon mal wegfließen. Uh, das wird... Ich glaube ich hab keinen mehr. Doch, oder du hast eins. Okay, ich versuche auch wieder zur Scheune zu kommen. Da hinten die Scheune wäre eine, wo wir reinkommen. Ich glaube aus der Richtung werden wir auch geschossen. Da hinten ist ein Brack. Da müssen wir über das komplette Feld. Das ist ein Brack. Das passiert. Ein Brack. Ich muss sagen, das ist der schwierigste Kupfschrauber, den wir jemals hatten. Was toll ist, dass ihr auf die EZ gestellt habt, ne? Ja. Oh, er kommt irgendwie, glaube ich, direkt über uns. Bei der Windmühle sind auch Leute dabei. Ah, er ist ziemlich nah über uns. Ah, er kommt, er kommt, er kommt. Jetzt ab in den Graben hier. Oh, aber kacke, er schießt wieder. Oh, der Fall trifft da auch. Da ist der Fall liegt, direkt an der Scheune. Ich halte mich gerade und da kommt ein Bullock. Oh, der ganze Staffeldraht hier. Ja, der ist werflich. Nein! Oh, das war knapp. Da war noch Infantil, wenn du den nicht hast, rechts rum. Ja, sitzt da genau vor. Der ist gut gewaffnet. Der hat einen Stinger, ja. Keiner drin. Nein, ich will den Stinger aufnehmen. Aber wahrscheinlich kannst du mich auch holen, wenn der einfach rum ist. Oder du machst den weg. Nice. Sehr gut. Ah. Dabei sah das eigentlich recht gut aus, wo ich weiter bin. Ich dachte, ich könnte auch sind, aber wahrscheinlich... Ich bin so jung gerade. Oh. Oh. Gut, auch nach dem Fack gucken, aber da wird man auch noch beschossen. Gut, dann... Okay, erstmal, wie ich deine... Dann ohne Fack. Ja, Fack. Hahaha. Danke. Wie schätzt du? 200 Meter? Ah. Wahrscheinlich weniger. Wenn nicht. 200 sollte passen. Gehen wir mal wieder anlocken. Also. Kann dir noch ein Maßriegel verbieten. Ich habe ihn. 200 passt. Kopfschuss. Was ist denn dein Rucksack? Vielleicht so einen Hunger hast. Oh. Ja. Okay, jetzt. Wo ein bisschen frei ist, fahren wir da hinten zu dem Wrack. Fack, gab es noch, oder? Nee, nichts gefunden. Aber da hinten wird dann ja was sein, oder? Wir müssen da einfach... Fack klingt gut. Aber die Felder. Oh, das Fack sieht ganz gut aus mit denen. Lass mal außen rum. Ja. Hier vorne können wir den Staffeldraht und den Felsen folgen. Ja, 5, 6 FPS mehr als gestern auf jeden Fall. Da war ich so bei 47. Ich meine, da hätte ich irgendwann mal sogar gesagt. Ich habe jetzt 58, 60. Und das fühlt sich... Ich habe jetzt... 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 Ich habe jetzt...